In jüngerer Vergangenheit gab es vermehrt friedliche, patriotische Banneraktionen im ganzen deutschen Sprachraum. Am vergangenen Sonntag gab es eine neue Aktion in der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee. Vor dem Landtag wurde ein Banner mit dem Spruch Politikeraustausch statt Bevölkerungsaustausch gehisst. Mit dem Spruch wurde direkt der ehemalige freiheitliche Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider zitiert, der damals verkündet hatte, man müsse vor dem Volk die Politiker austauschen. Die Aktion war dabei eine direkte Reaktion auf eine sexuelle Belästigung durch einen Afghanen. Wie mein Bezirk berichtete, hat ein 34-jähriger Migrant vor einer Woche einer 21-jährigen Deutschen aufgelauert, sie aggressiv gegen ein Geländer gedrückt und in den Intimbereich gefasst. Schlimmeres konnte nur verhindert werden, da zwei mutige Passanten eingreifen. Schlimmeras 700i Schlimmer